Oh mein Gott Ich hab was? Meine Herren, bin ich abgegangen Was hab ich hier überhaupt für ne Scheiß? Warum nehm ich nicht das? Alter, was hab ich denn auf X? Warum geht denn das schnell? Alter, spooky! Verschreck mich doch nicht zu der Banggood What? Alter, was? Okay Cheater Da vorne ist ein Feind Achtung, hab ich easy Den mach ich dir weg Pass auf, der ist hier rein Aha Guck mal, wir springen What? Hab ich dich Dreck Arsch Ich hab mich gespritzt Oh mein Gott Wo, wo, wo? Alter, von hinten auch noch Sollen wir doch in den Hentai Town Oder was ist so los? Kann ich jetzt bitte auch mal von hinten an einen rankommen? So ganz unentdeckt, unbemerkt Einfach mal kurz Hallo Guck mal Alter, ich hab grad nach deinem Mate geguckt, Junge Ich komm jetzt WTF, Alter Ja Ja Guck mal, wie er rumrutscht Warum kann der fliegen und ich nicht Okay, warte Ich muss kurz gucken Ich muss gucken, wie man hin und her Warum können die Granaten schmeißen und ich nicht Und wie Guck mal, was du das Nix der Hostile UAV Circling Hör ich jetzt eigentlich Steps von den anderen oder Da sind das, da sind das Aha Got him Got him Bauer, Jungs Und Mädels Oh Gott, das ist meiner Hä? Wo kam der her? Da war doch eben noch ein Feind Okay, Snitch Oh Alter, wie gut ich bin BAM Ich komm Warte kurz Ich muss nachladen 10 Grad Oh Ich hab ihn genutzt Von hier hinten Level 2 Ich bin einfach zu gut für die Boys BAM Alter Haben wir hier vielleicht ein Problem, Frau Leid Oh fuck Ja, haben wir Ich hab ne Flashback, man weiß davon nichts Ne, welcher bin ich denn jetzt überhaupt Wie heiß ich Ich hab mich auf hier gerufen Da oben Guck mal Merkst du was? Wie gut ich in dem Spiel schon drin bin Ich überleg, ob ich Shroud vielleicht herausfordere In dem One-on-One-Only-Pistol Das ist Shroud Weißt du, er denkt, er kann sich verstecken Doch, nicht Shroud Das ist doch ein C4 beim Shroud Oder? Ajo Ich hab die MASH POTATO Hab ich Boom Ich hab dich noch genudelt Ich will jetzt sofort jemand anderen nehmen Ich nehm jetzt die Ruine Der hat den Arm Alter, mit dem kann ich mir jetzt gleich schwingen Pass mal auf Das wird so krass Das wird so krass jetzt Vielleicht ist er fertig Guck Stell dir vor, da kommt jetzt ein Feind und ich Ne Frau Hat mich getötet War ich wenigstens das Beste Ja So, das war das Warm-Up Jetzt kommt die Zerstörung Was kann der jetzt Die jetzt, meine ich Schließen Okay, wir repräsentieren die Kompanie Hab ich mir schon halber gedacht Dass ihr da hinten durch die Schleichgänge geht What the fuck Okay Er steht in der F*** in der Wand Wie geht das jetzt mit dem Haken? Guck mal, guck mal Ne, warte Hä? Wie? Geil Okay, Leute Tschüss Wow Oh Ich wollte eigentlich länger fliegen Ich versuche mir jetzt mit dem Hund hochzukämpfen Also hochzuarbeiten Ach komm, jetzt wissen die, wo ich bin Da hinten sind welche Da hinten sind welche Weißt du, er furztet so eine Granate rein Ich hoffe, das Spiel geht noch eine Stunde Damit ich hier auch rumkomme Mit den Killstreaks Tja, Whammon Schnelligkeit Respekt Unverkäuferisches Können Sind für mich das A und O Bei einer Frau Ja Und die hat das ganz klar Nicht gehabt Kommt runter, kommt runter Lauft rein, lauft rein Lass dir doch mal in meine Mine laufen, die Boys Komm mal runter Oh Gott, hier ist ja auch jemand Habt ihr das gemerkt, wie das ihr eben gebatscht habt? Alter, Alter, Alter Alter Revenge Bin ich gerade abgegangen wie ein Rasenmäher oder was? Hast du gesehen, wie viel Punkt ich eingefahren habe? Hallo Boom, weg Ich nehme mir die Snipe Oh mein Gott Ich habe was? Oh mein Gott Habe ich ihn gerade im Ernst gewumst mit der Snipe gerade eben? What the fuck? Guck mal, wie er mit dieser verkackten Pump da meint Er kann mich auf irgendeine Art und Weise penetrieren So, guck mal, den nächsten, den nächsten gejuckelt Mate, gibst du mal kurz von deiner Scheiß dr... Er steht auf der Treppe und denkt sich Ich warte mal kurz ab und gucke, ob er stirbt Oh, er ist gestorben Sehr schön Haha, ich gehe weiter Zwei Gegner vor mir Enemy KIA Alter, guck mal, wie der meint Er könnte mich outmoven Lächerlich So ridiculous Guck mal Über mir Oh nein Ich war gerade so ein Point, Mann Wie, wisst ihr, wie viele Ikeas? Ich hatte 19 So ein Level 5 zu erreichen ist für mich ja an sich keine große Sache Bart habe ich ja schon seit der Geburt Eine KD von 1,58 Also sagen wir einfach aufgerundet Eine KD von 3 Echt nicht schlecht Ich nehme jetzt Sniper Alter, ich bin jetzt ein Snipe Ich bin jetzt ein Sniper